Jüdischer Glaube gestaltet Realpolitik Jüdischer Glaube gestaltet Realpolitik. Der Quell, Zeitschrift für Geistesfreiheit, brachte folgenden Brief Dr. Mathilde Ludendorfs. In ihre Briefe vom 19.08. fragten sie an, ob ich für ihr Novemberheft Der Weg, einen kurzen Beitrag aus meiner Feder zu geben, gewillt sei. Gewiss würde ich Ihnen diese Bitte nicht abschlagen, aber das nunmehr endgültig rechtskräftige Urteil der Spruchkammer München, das mich in die Gruppe der Aktivisten eingestuft hat, verbietet mir leider nicht nur viele Dinge, die ich beim besten Willen gar nicht erstrebe, so zum Beispiel das Amt eines Notars und eines Rechtsanwaltes, das mir als Psychiater und Philosoph im 75. Lebensjahr ein klein wenig zu mühsam zu erreichen wäre, sondern auch unter anderem die schriftstellerische Tätigkeit auf sieben Jahre hin. Aber diesen Brief können Sie ja, da Sie nicht von der Spruchkammer an geistige Ketten gelegt sind, ganz so verwenden, wie Sie wollen. Es wird vielleicht die Leser Ihrer Zeitschrift interessieren können, dass ich in den 32 Jahren meines politischen Ringens für die Freiheit aller Völker der Erde sehr oft eine sehr ernste Erfahrung gemacht habe. Besonders bei der Abwehr der großen Gefahr für die wirtschaftliche und geistige Selbstständigkeit und Freiheit der Völker, die wir in dem jüdisch-orthodoxen Weltziel sehen müssen, fehlen oft die gründlichen Kenntnisse über den Glauben, der in den Vertretern des jüdischen Volkes, die sich für das messianische Weltreich unter jüdischer Oberherrschaft einsetzten, alles wirtschaftliche, politische und kulturelle Handeln und Unterlassen bestimmt. Aus solcher Erfahrung heraus habe ich die Spruchkammeranklagen gegen mich dazu verwertet, solchen Missständen für die Gegenwart und Zukunft ein Ende zu machen. Aus den religiösen, für den gläubigen Juden maßgebenden Werken und aus den geschichtlichen Dokumenten habe ich alles Wesentliche und Unentbehrliche zusammengetragen. In beiden Instanzen wurde mir aber verwehrt, den Wahrheitsbeweis zu bringen, doch kann ihn jeder dem stenografischen Bericht auf 100 Druckseiten, erschienen im Verlag Ruhe Warte, Pehl bei Weilheim, entnehmen. Wie wichtig es bei der Überwindung der großen Gefahr ist, hier ganz genau Bescheid zu wissen und den Juden durch seinen eigenen Glauben zu überwinden, dafür möchte ich ein kleines Erlebnis diesen Briefe anvertrauen. Den vier Jahren Spruchkammerverfolgung gingen eineinhalb Jahre voraus, in denen ich von allen möglichen Sektionen der Demokratie der USA vernommen wurde, während die Security-Police gar manches Mal mit dem Auto schon vor der Tür stand, um mich nötigenfalls abzuführen. So kam denn auch einmal ein Mann, dem der Hass gegen mich nur so aus den Augen sprühte und der mithilfe eines sehr starken Stimmaufwandes hoffte, mich verängstigen zu können. Wollen Sie alles verantworten, was Sie in der Zeitschrift am Heiligen Quell veröffentlicht haben? fragte er drohend. Natürlich, es steht ja auch mein Name dabei. Darauf wurden mir Stellen aus Artikeln vorgelesen, die offenbar als ein großes Verbrechen angesehen wurden. Und als ich dabei völlig ruhig blieb, kam die Frage, nicht gesprochen, sondern geschrien? Wissen Sie denn gar nicht, was Ihnen bevorsteht? Oh doch, ich habe ja schon ein ganzes Jahr hindurch den herrlichen Freiheitsgeist der Demokratie der USA kennengelernt und weiß recht wohl, was mir bevorsteht. Aber ich begreife Sie überhaupt nicht. Was fällt Ihnen ein? Ja, möchten Sie nicht hören, weshalb Sie mir so unbegreiflich sind? Wenn ich mich nicht sehr irre, sind Sie doch Jude. Und ich möchte darauf wetten, dass Sie orthodoxer Jude sind. Deshalb begreife ich gar nicht, weshalb Sie so mit mir verfahren. Sie wissen doch so gut wie ich, dass Isaak, der von ihrem Gott Jahwe selbst vor dem Opfertode behütet wurde, in allen seinen Worten so maßgebend und unantastbar ist, wie ihr Gott Jahwe selbst. Der Gesichtsausdruck veränderte sich schon ein wenig. Sie wissen auch, dass sein Sohn Jakob, der sich durch eine List den Segen für Esau erschlich, das jüdische Volk bedeutet. Der Segen, der Jakob den Tau des Himmels, die Fettigkeit der Erde, Korn und Wein die Fülle verheißt und ihm zusagt, dass die Völker ihm dienen müssen und ihm zu Füßen fallen müssen, wird von allen orthodoxen Juden mit Freuden begrüßt und mit Eifer zur Erfüllung geführt. Niemals wird irgendein orthodoxer Jude, also niemals werden auch sie selbst diesen, die Weltherrschaft verheißenen Segen Jahwes, durch Isaak vergessen. Hass und Gräuel sind aus dem Gesicht verschwunden und Spannung, was nun noch von mir gesagt wird, liegt auf den Zügen. Gern aber vergessen alle orthodoxen Juden und auch sie in dieser Stunde den zweiten Segen, den Jahwe durch den Mund Isaaks nun dem Esau gibt, nachdem er die List erkannt hat. Esau ist alles nicht jüdische Volk, das wissen sie, und sie wissen auch, dass in ihrer Thora im ersten Buch Mose Kapitel 27 Vers 39 und 40 zu lesen steht? Da antwortete Isaak sein Vater und sprach zu ihm, siehe da, du wirst keine fette Wohnung haben auf Erden und der Tau des Himmels von oben her ist dir fern. Deines Schwertes wirst du dich nähren und du wirst deinem Bruder dienen und es wird geschehen, dass du dich aufraffst und sein Joch von deinem Halse reißen wirst und auch Herr bist. Und nun kommen sie als orthodoxer Jude und wagen es, mir zu drohen und Strafen in Aussicht zu stellen für das, was ich gesprochen und geschrieben habe? Mein Mann und ich haben in der Judenfrage nie ein Wort geschrieben oder gesprochen, das etwas anderes gewesen wäre, als das Abschütteln des Joches Jakobs von unserem Halse, mit dem Ziele, auch Herr zu sein. Wer also erfüllt denn hier die Verheißung, die Jahwe durch Isaak gibt? Nun, ich denke doch, der Esau in Gestalt meines verstorbenen Mannes und ich. Und wer wagt es ihrem Gotte Jahwe zuwider zu handeln? Das Gesicht mir gegenüber ist weiß, der Jude erhebt sich, spricht mit der Stimme bebend die Worte Ich danke sehr, verbeugt sich und verlässt rückwärtsgehend den Raum. Dieser kleine Vorfall ist nur einer von sehr vielen Erfahrungen in dieser Richtung während 32 Jahren. Zweierlei möchte er denen, die die Gefahr überwinden wollen, an die Seele legen. Einmal, dass sie den zusammengetragenen Wahrheitsbeweis gründlich aufnehmen und verwerten. Und zum anderen, dass sie sich tief einprägen. Nur der Kampf hier wird zum Ziele führen, der gerade den orthodoxen Juden als von ihrem Gotte Jahwe selbst verheißener Kampf erscheinen muss. Ein Ringen um die Freiheit aller nichtjüdischen Völker, der niemals über das Ziel hinausschießt, der niemals etwas anderes ist, als das in ernster Moral verwirklichte Abschütteln des Joches Jakobs von dem Halse und der Wunsch aller Völker, selbst auch Herr zu sein. Es lebe die Freiheit aller Völker. Dr. Mathilde Ludendorff Warum ist der orthodoxe Jude vor Schreck so bleich im Gesicht geworden, als Mathilde Ludendorff im Gespräch mit ihm den Esau-Segen erwähnte? Warum war er von solcher Furcht erfüllt? Was ist so furchtbar an Gott Jahwe? Hören wir dazu folgende Erklärung. Dämon Jahwe Es war die folgenschwerste Völkertäuschung, dass man schon seit der vorchristlichen Antike das Wort Jahwe, die Bezeichnung für den jüdischen Wüstendämon, in echt jüdischer Frechheit mit Gott übersetzt. Genauso wie man das Wort Jahwes, was nichts anderes bedeutet als die jüdische Tora, mit dem griechischen Logos gleichsetzte, genau wie man den jüdischen Namen Jehoshua, den Nichtjuden in einem und gerade dem wichtigsten Falle als Jesus hinstellte. Warum blieb man nicht auch hier bei dem alten Joshua, den man ja auch nicht in Jesus umtaufte? Eben weil kein Heide einen Joshua anerkannt hätte, genauso wenig wie einen Jahwe. Nur darum fälschte man Jehoshua in Jesus, Jahwe in Gott. Es ist bisher noch keinem Menschen eingefallen, die bedeutsamsten Worte, etwa der östlichen Gottschau, in deutschem Wort wiederzugeben. So versucht man das Bushido der Japaner, das Tau der Chinesen, nur irgendwie zu umschreiben. Aber das Jahwe wagte man in israelitischer Dreistigkeit einfach mit unserem Worte Gott zu übersetzen. Eine entsetzliche hebräische Dämonenvorstellung hatte man damit auf dem Wege der Sprachfälschung in die deutsche Seele übergeleitet. Unsere Ahnen sagten ehedem, um Höchstes auszudrücken, ehrfurchtsvoll, das Gott, nicht und nie der Gott. Das Gott, sprachlich-sächlichen Geschlechtes, war dazu noch mehr Zahl. Allerdings nicht so, als hätte man damit mehrere Götterpersonen gemeint, sondern das Wort Gott war nur als Ausdruck für das unergründliche Geheimnis, der in den verschiedensten Erscheinungsformen sich offenbarenden Gottheit gedacht. Diesem Worte schien den Bibelübersetzern äußerlich irgendwie die Bezeichnung Elohim der Juden zu entsprechen. Aber schon durch die Endung ihm bezeichnet Elohim eindeutig eine Mehrzahl persönlich gedachter Götter. Die Formen der Einzahl lauten El und Elora. Und wenn die Bibel gelegentlich auch schreibt Yahweh Elohim, so bedeutet das einfach die Yahweh-Götter oder genauer die Yahweh-Dämonen. Ist doch Yahweh Elohim sicherlich das gleiche wie Yahweh Zevajot, was man ganz falsch mit Herr der Herrscharen übersetzt. Die Zevajot sind nämlich, worauf der Forscher Volz hinweist, keineswegs Gottes himmlische Engel, sondern Yahwehs grauenvolles Dämonenherr. Der zweite Makabea, Kapitel 4, Vers 26, spricht denn auch noch ganz folgerichtig von Yahweh als dem Herrn der Geister. Die Übersetzung Gott für Yahweh kommt also gar nicht in Frage. Ebenso wenig aber auch Kräfte oder gar Gotteskräfte, wie manche Schriftgelehrte wollen. Götter jedoch wäre genauso falsch. Die Elohim waren nicht als Götter gedacht. Nein, der Ausdruck lässt sich, eben weil er ganz fremdem Rassenerbe entspringt, gar nicht verdeutschen. Wir müssen hier, um zu dem rechten Begriff zu kommen, schon die orientalischen Volksvorstellungen zu Hilfe nehmen. Und demnach übersetzen wir besser die Djinns. Damit bezeichnet nämlich die in der Hauptsache vor koranische arabische Mythologie dem Menschen gut oder feindlich gesinnte Geister, mächtige Dämonen. Doch kennt die Volksvorstellung auch noch die Ifrite, das sind die nur entsetzen und unheilbringenden Geister. Damit kommen wir nun dem jüdischen Begriff der Elohim und natürlich auch Jahwes ganz nahe. Denn nach der Bibel ist ihr und auch des späteren Jahwes in Erscheinung treten und wirken ganz dem der Ifrite entsprechend. Jahwe ist eben der Dämon des Entsetzens. Lesen wir etwa den Bericht von dem Ringkampf Jahwes mit Jakob im ersten Buch Mose 32. So zeigt sich der Gott klar als Dämon. Da bittet diese Allmächtige den Jakob Lass mich los! Die Morgenröte bricht an. Hier haben wir die uralte aus den Sagen und Märchen fast aller Völker bekannte Anschauung, dass der Unhold oder Dämon so wie er von der sieghaft aufgehenden Sonne überrascht wird sterben muss. Er zerplatzt entweder oder wird in Stein verwandelt. Und so grauenvoll ist dieser Dämon, dass sein Volk selbst vor ihm erschauert. Da befiehlt das Volk ein Jahwe schrecken. Siehe dazu 1. Samuel 11. Vers 7. Mose ist der Einzige, der es wenigstens einmal gewagt hat, diesen Jahwe einmal scharf, ja überlegen in seine Schranken zurückzuweisen. Er sagt dem Allheiligen und Allwissenden geradezu ins Gesicht, er möge sich gefälligst nicht blamieren. Die Sache war so, als Israel durch seine Kundschafter von der Macht der Einwohner Kanahans hört und deshalb in Feigheit nach Ägypten zurück will, gerät Jahwe in wahnwitzige Wut. Siehe dazu Numeri Kapitel 14 Vers 11 und folgende Wie lange höhnt mich dieses Volk? Ich schlage es mit der Pest und vertilge es. Da sprach Moses zu Jahwe so, dass Ägypten davon hört, dass dieses Landesbewohner davon reden. Sieh, die gehört, dass du, Jahwe, inmitten dieses Volkes weilst. Tötest du nun dieses Volk wie einen Mann, so werden die Gojim sagen, weil Jahwe nicht mehr imstande ist, dieses Volk in jenes Land zu bringen, darum metzelt er sie in der Wüste hin. So steht auch der israelitische Gottesdienst ganz im Zeichen der Angst. Und die Priester müssen besondere Vorsichtsmaßregeln treffen, um nicht zu sterben. Ja, der Allgütige wütet wie ein Tobsüchtiger, der erst Ruhe hat, wenn er alles erreichbare kurz und klein schlug. Ich stille meine Wut an dir, dann erst lässt mein Zorneifer von dir, und ich werde ruhig werden und mich nicht weiter ärgern, heißt es in Hesekiel Kapitel 16 Vers 42 Und diesen grauenhaften der Worte schmuggelte Juder wie Rom seine Begriffe ein. Drum war es schließlich so weit, dass man Gott sagte und die Elohim, die Ginni, die Ifrite und besonders den Oberifriten Yahweh meinte. Wie später dieser Yahweh zum Allgott gemacht wurde, darüber vergleiche die Schrift von Dr. Wilhelm Mathisen Israels Geheimplan der Völkervernichtung München 1939 Und nun mag der Leser die wichtigsten Bibelstellen auf sich wirken lassen. Das schwor Jakob beim Schrecken seines Vaters Isaak siehe dazu Genesis Kapitel 31 Vers 53 Der Schwur beim Schrecken seines Vaters ist bis heute noch der heiligste Schwur der Juden das heißt bei dieser Schwur Formel empfinden sie in ihrem Aberglauben die größte Angst Hätte ich nicht meines Vaters Gott gehabt den Gott Abrahams und Isaaks Schrecken siehe dazu Genesis Vers Kapitel 31 Vers 42 Von oben brüllt Yahweh von seinem heiligen Sitze donnert er gar furchtbar brüllt er über sein Gefilde siehe dazu Jeremia Kapitel 25 Vers 30 Als Jonathan einen Philister Posten erschlagen hatte da bebte die Erde und so ward ein Jahweh Schrecken 1. Samuel Kapitel 14 Vers 15 Das dass man von der Größe deiner das heißt Jahwes Schreckenstaten rede will man von deinen Großtaten erzählen siehe Psalm 145 Vers 6 Lob singet Jahweh der auf Zion thront kund tut den Völkern seine Schreckenstaten Psalm 9 Vers 12 Die Pest zieht vor ihm her und Fieber folgt ihm auf dem Fuß und tritt er auf zertrümmert er die Erde mit seinem Blick zersprengt er Goim Völker uralte Berge bersten alte Hügel sinken hin und alte Wege vor ihm nieder siehe Habakkuk Kapitel 3 5 bis 6 Und mein Grauen sende ich siehe Jahweh vor dir her und dann verschrecke ich alle Völker zu denen du gelangst und mache dass vor dir alle deine Feinde fliehen siehe Exodus Kapitel 23 Vers 27 Das Jahweh Ungeheuer muss von Mose wie ein gefährlicher Todsüchtiger beruhigt werden in seiner Wut hatte Jahweh Israel mit der Pest geschlagen weil das Volk bestürzt war über den Priestermord an den Korachiten siehe Numeri Kapitel 17 Vers 6 Da sprach Moses zu Aaron Nimm die Räucherpfanne lege Feuer vom Altare da rein lege Räucherwerk darauf und trag es schleunigst in die Gemeinde und schaffe ihnen Sühne Sühne Denn schon geht von Jahweh die Wut aus Die Pest hat begonnen Da räucherte er und schaffte dem Volk Sühne Siehe Numeri Kapitel 17 Vers 11 und folgende Moses sagte zu Jahweh Lass mich deine Herrlichkeit schauen Da sprach Jahweh Mein Angesicht kannst du nicht schauen Kein Mensch schaut mich und bleibt am Leben Und Jahweh sprach Hier bei mir ist Platz Stelle dich auf diesen Felsen Fährt meine Herrlichkeit vorüber Dann stelle ich dich in den Felsspalt und lege meine Hand auf dich bis ich vorüber bin Ziehe ich dann meine Hand weg dann siehst du meine Rückseite aber mein Gesicht bleibt unsichtbar Siehe dazu Exodus Kapitel 33 Vers 18 und 23 Wer gleicht dir unter den Göttern Jahweh vergleicht dir du Erhabener im Heiligtum du furchtbarer schrecklicher du Wunderwirker Exodus Kapitel 15 Vers 11 Da ging die Sonne unter und dichte Finsternis kam da erschien ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme und zwischen jenen Stücken flog es durch siehe Genesis Kapitel 15 Vers 17 Da erschien dem Mose der Engel Jahwes mitten im Feuer aus dem Dornbusch heraus der Dornbusch brannte im Feuer aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt siehe Exodus Kapitel 3 Vers 2 3 Als Es Am dritten Tage Morgen wurde brachen Donner los und Blitze Eine schwere Wolke hing auf dem Berge Der ganze Berg Sinai aber rauchte weil Jahwe auf ihn im Feuer niedergefahren war Siehe Exodus Kapitel 19 Vers 16 und 18 Die Erscheinung der Majestät Jahwes aber war wie ein fressendes Feuer auf dem Berges Gipfel vor den Augen der Söhne Israels Siehe Exodus Kapitel 24 Vers 17 Wir hören aus dem Feuer seine Stimme aber warum sollen wir sterben dies große Feuer frisst uns noch wenn wir noch länger Jahwes unseres Gottes Stimme anhören so sterben wir noch am Ende wo ist ein sterbliches Wesen das die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer hat reden hören wie wir und blieb bestehen 5. Buch Mose Kapitel 5 21 und Vers 23 Ein Feuer lott in Jahwes Nase und lodert bis zu Höllentiefen versenkt das Land und sein Gewächs setzt in Brand die Grundfesten der Berge siehe 5. Buch Mose Kapitel 32 Vers 22 Zur rechten Zeit Jahwe machst du dein Angesicht zur Feuer esse die die Feinde mit ihrer Glut vernichtet und Feuer frisst sie auf Psalm 21 Vers 10 zu stürmen macht er seine Engel zu Feuer flammen seine Diener Psalm 104 Vers 4 Da entbrannte Jahwes Zorn und Jahwes Feuer flammte in sie und fraß am wichtigsten Teile des Lagers Numeri Kapitel 11 Vers 1 So spricht Jahwe Um Mitternacht fahre ich mitten durch Ägypten Dann stirbt im Land Ägypten jeder Erstgeborene von Pharaos Erstgeborenen an der einst auf seinem Throne sitzen sollte bis zum Erstgeborenen der Sklavin hinter der Handmühle und alle Erstlingswürfe des Viehs siehe dazu Exodus Kapitel 11 Vers 4 und folgende Und Und sollen von Blute nehmen und an die beiden Pfosten und den Tür Sturz tun Sehe ich das Blut dann übergehe ich euch Kein verderblicher Streich trifft euch wenn ich das Land Ägypten schlage siehe dazu Exodus Kapitel 12 Vers 7 und 13 Wenn ich Jahwe zum Himmel meine Hand erhebe und spreche ich so wahr ich ewig lebe und schärfe ich mein blitzendes Schwert und lange nach dem Pfeile dann nehme ich an meinen Drängern Rache vergelte meinen Hassern ich tränke meine Pfeile mit dem Blute mein Schwert frisst Fleisch besudelt ist die Lanze von dem Blute das aus den Herzen der Feindes Führer quillt siehe dazu 5. Buch Mose Kapitel 32 Vers 40 und 42 Dies letztere nennen die katholischen Bibel Gelehrten Riesler und Stor in echt jüdischer Abgebrütheit das herrliche Lied von Israels Zukunft Als die Jahwe Kiste bei den Philistern in Astort war lag die Hand Jahwes schwer auf den Leuten von Astort und schlug sie mit Pestbeulen Astort und sein Gebiet Darauf wurde die Kiste nach Gath geschafft Nachdem man sie hingeschafft hatte war Jahwes Hand zu sehr großer Bestürzung für die Stadt klein und groß dass Beulen an ihnen ausbrachen worauf die Kiste nach Ekron kam da schrien die von Ekron man bringt die Kiste des Gottes Israels zu mir um mich und mein Volk zu töten und Todesfurcht war in der ganzen Stadt schwer lag die Hand Jahwes darauf und die Leute die nicht starben wurden mit Beulen geschlagen und das Jammer Geschrei der Stadt stieg zum Himmel siehe dazu 1. Samuel Kapitel 5 Verse 6 9 10 und folgende Jahwes Geist aber wich von Saul ihn verstörte ein böser Geist von Jahwe da sagten Sauls Diener zu ihm dich verstört ein böser Jahwe Geist unser Herr spreche nur deine Diener sind dir zu Willen sie suchen einen Mann der die Zitter zu spielen versteht so oft ein böser Jahwe Geist über dich kommt spiele er dass dir besser werde daraufhin kam David zu Saul und trat in seinen Dienst so oft nun der Jahwe Geist über Saul kam nahm David die Zitter und spielte mit seiner Hand da ward es Saul leichter und besser wich doch der böse Geist von ihm sie dazu 1. Buch Samuel Kapitel 16 Verse 14 und 23 Als David dem Jahwe einen Tempel bauen will erklärt dieser Dämon durch seinen Wahrsager Nathan ich habe nie in einem Haus gewohnt seit jener Zeit wo ich die Söhne Israels aus Ägypterland geführt bis hin zu diesem Tag ich zog in einem Wohnzelte umher siehe 2. Buch Samuel Kapitel 7 Vers 6 An einem bestimmten Tage setzte sich Herodes in königlicher Amtstracht auf seinen Thron und hielt eine Ansprache an sie Da brach das Volk in den Ruf aus Das ist eines Gottes nicht eines Menschen Stimme Auf der Stelle schlug ihn ein Engel Jahwes dafür dass er nicht Jahwe die Ehre gegeben hatte und von Würmern zerfressen starb er siehe die Apostelgeschichte Kapitel 12 Verse 21 und 23 Quelle dieses Abschnittes ist das Buch von Dr. Wilhelm Matthiesen Kleines Bibellexikon erschienen im Ludendorfs Verlag 1940 Nachdruck des Buches aus dem Verlag für ganzheitliche Forschung und Archivedition Nachfolgendes Beispiel umreißt noch einmal kurz das Wesen Jahwes aus biblischer Sicht mit den Worten der Propheten Mein Leib mein Leib welch Schmerz ihr Herzenswende es wogt es bebt die Brust kann nimmer schweigen horch höre Hörnerhall und Kriegsgeschrei Schlag schallt auf Schlag leer liegt das Land da zerfetzt meine Zelte die Decken fort wie lang sehe ich Banner hör Hörnerhall heißt Adonai nicht der Schrecken Isaaks Adonai auch Jahwe ist der Löwe der über seinem Raube brüllt Jahwe der Herrscharen den nennt Verschwörer der sei eure Furcht der euer Schrecken denn spricht er nicht durch Jeremia dass er die Menschen wird essen lassen das Fleisch ihrer Söhne und das Fleisch ihrer Töchter Sein Geist zerschmettert den Propheten in einer Schlucht des Berglandes zu Tode Amos der Prophet sieht Adonai stehen am Altar und Adonai Jahwe der Herrscharen er rührt die Erde an und sie zerschmilzt und es trauern alle ihre Bewohner Jesaja sieht Adonai sitzen auf dem Thron und um ihn fliegen die Seraphim die Feuerwesen und ist nicht der Seraph Meophef der fliegende Feuerdrache draußen in der Wüste des Südlandes wird nicht Adonai an seinem Tage als Priester in seinem Tempel dahin schlachten die Söhne Israels ein Schwefelstrom ist Jahwes Atem verzehrendes Feuer seine Zunge mit Sturm und Wetter und Hagelschlag prasselt sein Arm hernieder ja El Noah der furchtbar schreckliche Gott das ist Adonai die Propheten überbieten sich in schärfsten Verwerfungs Urteilen gegen alles bestehende um keine Begründung wissen sie dafür zu geben schlechthin droht Jahwe den Menschen und jeder Menschen Gemeinschaft den Untergang einen Untergang vor dem es keinen Ausweg und keine Rettung gibt Jahwe das ist der Vernichtungswille selbst und und furchtbarste dabei ist dass er selbst das Jahwe Volk Israel seinen Staat und sein Königtum seine Siege und seine Wohlfahrt seinen Tempeldienst und das heilige Priestertum die erhabenen Gotteswunder und die Reden der Propheten alles alles als wertlos beiseite wirft Die Träger des Esau Segens wollen diese Vernichtung nicht im Gegenteil sie sind die schützende Hand Jahwes gegen die Vernichtung für sie sind alle Völker auch das Volk Jakobs Ideen Gottes sie wollen die friedliche Erhaltung Selbstbestimmung Freiheit und kulturelle Höherentwicklung ausnahmslos aller Völker auch und gerade wenn sie wie der Verfasser nicht Anhänger ihrer Religion sind also all ihr Verantwortlichen dieser Erde ergreift die ausgestreckte Hand bevor es zu spät ist das Zeitalter Jakobs geht zu Ende so oder so nach eurem Glauben ist dies das von Jahwe bestimmte Gesetz Noch einmal der Esau Segen Es wundert mich keines Weges dass man meine Feststellungen über den Esau Segen widerlegen möchte Wir dürfen schließlich nicht vergessen dass viele Freimaurer Logen deren eingeweihte Hochgradbrüder sie zur Errichtung und Erhaltung des Tempels Salomon zu lenken haben in Deutschland wieder neu an der Arbeit sind Das messianische Reich soll also noch nicht bestehen Es soll nicht mit Recht auf den 14. Mai 1948 von uns angesetzt sein Man sagt ihnen als Beweis hierfür brauche man doch nur auf den außergewöhnlich heftigen Streit der großen jüdischen Organisationen hinzuweisen der gerade über die wirtschaftliche Versorgung des Staates Israel entbrannt sei Wie schlecht sind sie unterrichtet dass ihnen solcher Hinweis einleuchtet Zank und Streit werden immer im jüdischen Volk blühen besonders wenn es sich um das Mittel zur Welt macht um das Geld handelt Gewiss der echte Kampf zwischen den Juden in Israel und in der Diaspora und der Scheinkampf zwischen Zionisten und Antizionisten innerhalb der Diaspora ist sehr heftig Ben Gurion hat ihn auch keineswegs durch seinen Tadel über die zugeschnürten Geldsäcke in der Diaspora besänftigt Ja die dann aus Empörung gegründete Bond Action hat die Joint der jüdischen Hochfinanz zu dem Entschluss gebracht die Sammlungen für Israel überhaupt abzustellen bis diese Bond Action wieder aufgehört habe das war der Grund weshalb Adenauer so sanft gedroht wurde falls Deutschland nicht der Geldnot Israels durch Zahlung von mehr als 3 Milliarden D-Mark Abhilfe damit hatten zugleich die Araber die Antwort Baruchs auf ihr Bündnis mit dem Papst als auch der Papst der seine Antwort zu seinem Plan des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation denn Adenauers Anhang in der Bundesrepublik erlitt durch die Boykotterklärung der Araber starken Abbruch aber gerade der Umstand dass es Baruch spielend gelingt Folgezustände aus dem Zank der jüdischen Organisationen mit den politischen Fernzielen und mit dem Spiel auf dem Schachbrett Europas zu vereinen sollte ihnen doch zur Genüge beweisen dass das messianische Reich eben schon Gegenwart ist der auffallende öffentliche Streit zwischen großen jüdischen Organisationen kommt nicht von ungefähr ist es doch jetzt umso notwendiger diese Gäume im Zweifel zu halten damit sie nur ja nicht ihr nach jüdischer Orthodoxie bestehendes Recht in Anspruch nehmen nämlich sich aufzuraffen das Joch Jakobs von ihrem Halse zu reißen und auch Herr zu sein siehe erste Mose Kapitel 27 Vers 39 und 40 Die Hauptsache ist dass die Vereinten Nationen die große jüdische Dachorganisation des gesamten Judentums den 1936 gegründeten jüdischen Weltkongress anerkannt haben diese Dachorganisation lenkt die UNO die ja eine für die jüdische Weltleitung beruhigende jüdisch freimaurerische Mehrheit hat ganz unauffällig neben dieser Organisation die die politische Repräsentation der jüdischen Weltherrschaft darstellt steht dann noch die finanzielle die Joint als zweite öffentliche Repräsentation der jüdischen Weltherrschaft in Gestalt der jüdischen Hochfinanz wollen sie noch mehr beweise nun gut die genannten Streitigkeiten der jüdischen Verbände werden im übrigen nie die Leitung des jüdischen Beneibrin stören dürfen oder wollen ebenso wenig wird sich der Einfluss dieses Geheimordens auf die eingeweihten Hochgradbrüder je mindern von Zank und Streit ist niemals etwas bedrohliches für das Judentum zu erwarten da über allen ganz wie über dem einzelnen Juden die Gesetze der Tora als unantastbares Wort Jahwes stehen auch wenn kein Rabbiner zugegen ist wehe dem unvolksamen Maser nun wenden sie aber noch ein beide Teile des Judentums lehnten es ab in Israel das ersehnte messianische Reich zu sehen sie weisen darauf hin dass Juden die voll Hoffnung aus deutschen DP Lagern nach Israel ausgewandert waren nach Monaten nur mühsam durch einen zum Schein vorgenommenen Übertritt zum Katholizismus aus diesem wie sie sagten grauenvollen Zwangsgetto mit Briefzensur und fortwährender Bespitzelung die ersehnte Ausweisung erhielten so sei der 14. Mai 1948 als Gründungstag des Staates Israel nicht mit der Errichtung des messianischen Reiches gleichzusetzen aber gerade an diesem Einwand kann ihnen bewiesen werden was man abstreiten will als Unterlage für die Tatsache dass die jüdische Leitung der USA als das Land ihrer eigentlichen Weltherrschaft das Land Israel aber nur als symbolisches Kennzeichen dieser Herrschaft ansehen mag ihnen folgende Mitteilung dienen H. Friedrichsen weist uns darauf hin dass die vereinten Nationen ganz öffentlich als die der jüdischen Weltherrschaft und ergebenden Völker des Erdballs kenntlich gemacht wurden Er schreibt Es hat einen Sinn den gleichen symbolischen Sinn warum auch die Fahne der Vereinten Nationen bis auf eine Kleinigkeit sich mit der Fahne Israels deckt was was aber brachte er zuvor schon als Beweis dafür dass die UNO für die Weltleitung gar nichts anderes bedeutet als die vollendete Errichtung des messianischen Reiches durch den Sieg der Juden 1948 über die Syrier und Araber der dann zur Errichtung Israels führte Er zitiert zunächst aus JTA 40 Tonnen Steine aus den Kastellsteinbrüchen bei Jerusalem werden beim Bau des UNO Gebäudes in New York verwendet Die Kämpfe an den Kastellhöhen im Jahre 1948 brachten die Wände im jüdischen Unabhängigkeitskampf Dann aber fährt der Verfasser mit Recht fort Da nicht anzunehmen ist dass in den ganzen Vereinigten Staaten sich keine geeigneten Steine finden sollten um das Gebäude der Vereinten Nationen in New York zu errichten so muss der Transport dieser Steine aus Israel und ausgerechnet von den Quast das ist die arabische Form des Ortes Höhen wo die tapfere freiwilligen Armee der Araber unter Abdur Rahman Al-Husseini im Feuer der gleichzeitig von der Sowjetunion und den USA mit modernen Waffen belieferten Juden verblutete einen Sinn haben Diese prahlerische Meldung der JTA ist für uns sehr wesentlich Der Zorn Jahwes müsste die Prahler nach jüdischem Glauben dafür strafen dass sie uns diesen großen Gefallen getan haben denn nun ist ja klipp und klar dass die jüdische Weltleitung selbst den Beginn des messianischen Weltreiches auf den 14. Mai 1948 datiert Wir wissen nun was die 40 Tonnen Steine für das Gebäude der Uno dem Judentum offen zu künden haben Der einzige Unterschied zwischen der messianischen Zeit und der vormessianischen ist heute Tatsache Viele vereinte Nationen des Erdballs sind dem jüdischen Volk untertänig wie es der Talmud für den Anbruch dieses Zeitalters aussagt Die Stunde in der der gesetzestreue Jude erstmals dessen gegenwärtig sein muss dass die nichtjüdischen Völker also der Esau sich aufraffen dass Joch Jakobs also des Juden von ihren Schultern reißen und auch Herr sind ist also heute gekommen Möge die Aufklärung über den Esau Segen sich ganz der ungeheuren Bedeutung dieser geschichtlichen Stunde gemäß Bahn brechen Gilt es doch alle nichtjüdischen und nichtchristlichen Völker aber auch alle Christen und Freimaurer über die Verheißung Jahwes an Esau nach jüdischem Geheimsinn aufzuklären und diese Aufklärung auch noch mit den vorhin genannten vom Judentum selbst gelieferten Beweisen zu verbinden erst in dieser Stunde hat nach jüdischem Geheimglauben Esau das Recht das Joch abzuwerfen und selbst Herr zu sein denn der Segen für Esau hat erst dann Gültigkeit wenn die Verheißung für Jakob erfüllt dieser also Herr über die Völker ist Ebenso wichtig und dringlich ist aber auch die Aufgabe allen Juden nun den Segen für Esau in Erinnerung zu bringen dessen Geheimsinn sie erkennen furchtbare Weltkriege Sklaven Elend in Fülle könnten verhütet werden wenn dies rechtzeitig gelingt handeln sie also dementsprechend ehe es zu spät ist noch nie wurde allen Wissenden eine so hohe Möglichkeit Unheil zu verhüten gegeben noch nie lag auf allen so hohe Verantwortung es lebe die Freiheit Dr. Mathilde Ludendorff Quelle ist ein Sonderdruck aus dem Quell Zeitschrift für Geist Freiheit Folge 23 von 1952 erschienen im Verlag Hohe Warte Franz von Webenburg Hier Hier noch eine Anmerkung zum Bann Von diesem Zeitpunkt an der heute verwirklicht ist wird es nach jüdischem Glauben den Zorn Jahwes auf die Juden ziehen wenn sie nicht Juden die den Esau Segen in ihren Worten und ihrem Handeln nicht überschreiten behindern oder sie gar in den großen Tscherem dem Bann Anflug tun Es fehlt nun für den Leser folgender Zeilen nur noch das aus dem Wahrheitsbeweis Dr. Mathilde Ludendorfs Seite 268 entnommene Wissen dass das messianische Reich sich nicht etwa durch einen gekrönten Messias auffallend kundtut Maimonides sagt in Riyad Chasaka zweiter Teil Seite 297 Die Weisen haben gesagt dass kein Unterschied sei zwischen dieser Welt und den Zeiten des Messias als nur dass die Königreiche nämlich die Völker der Welt in die Dienstbarkeit gebracht werden sollen Wichtiger aber ist natürlich das Wort aus dem Talmud selbst und zwar im Babylonischen Talmud Traktat Sanhedrin Seite 99 zitiert nach Eisenmenger Band 2 Seite 757 Und dies ist was unsere Weisen in dem Talmudischen Traktat Sanhedrin Seite 99 sagen dass zwischen dieser Zeit und der Zeit des Messias kein Unterschied sei als dass die Königreiche als dann untertänig sein werden Eigentlich hätten wir also schon das Recht die Worte die der jüdische Fürst Walter Rathenau einst ausplauderte die auf dem Bankenkongress in Paris im Jahre 1913 schon gefallen waren als öffentliches jüdisches Bekenntnis der errichteten Weltherrschaft anzusprechen sie lauten die Stunde hat geschlagen für die Hochfinanz öffentlich ihre Gesetze für die Welt zu diktieren wie sie es schon bisher im Verborgenen getan hat die Hochfinanz ist berufen die Nachfolge der Kaiserreiche und Königtümer anzutreten mit einer Autorität die sich nicht über ein Land sondern über den ganzen Erdball erstreckt Aber wir wollen dessen gedenken dass der für die messianischen Ziele so erfolgreich tätige Walter Rathenau von den weisen Israels in mancher Hinsicht durch sein allzu durchsichtig verhülltes Prophezeien wie ein Empfand Terrible angesehen werden musste So wollen wir denn die vollendete Errichtung des messianischen Reiches erst mit der voreiligen Gründung des Staates Israel datieren Wir wollen auch dem Wahrheitsbeweis Dr. Mathilde Ludendorfs entsprechend uns nicht allzu sehr darüber wundern dass Baruch nun eine Drehbühne braucht In der unmittelbaren Gottoffenbarung der Thora den fünf Büchern Moses sind keine Angaben über die Dauer der Weltherrschaft Jakobs über Esau gemacht während andererseits von dem Augenblicke der öffentlichen Errichtung derselben der Esau das sind die nichtjüdischen Völker der Erde nach jüdisch orthodoxem Glauben das vom Gotte Jahwe selbst durch den Mund Isaaks verhießene Recht haben ganz im Sinne des Isaak Segens für Esau zu handeln das Joch Jakobs abzuschütteln und auch Herr zu sein Niemand Gudendorfs Baruch solche Ziele überhaupt haben Er weiß doch sicherlich dass der bedeutende Bibelerklärer Rabbi David Kimschi ausdrücklich betont Deutschland sei das Land das von Kanainitern bewohnt sei die einst geflohen seien damit sei doch aber klar ausgesprochen dass diese Kanainiter wie alle sieben Stämme Kanains auf Befehl Jahwes wie die Tora das sagt vernichtet werden müssen Quelle dieses über den Bann ist der Quell Zeitschrift für Geistesfreiheit vom 9. 2. 1953 Folge 3 fünftes Jahr Hier noch eine sehr interessante und aussagekräftige Abbildung wie ich finde und zwar die jüdischen Konfessionen also die abrahamitischen Religionen Priester des Mohammedanismus das ist der Islam des katholischen und loterischen reformierten Christentums werden von dem Rabbiner auf die Bibel vereidigt das ist ein Stich aus einer alten freimaurerischen Geheimschrift veröffentlicht in dem Buch die Juden macht ihr Wesen und Ende von Erich und Mathilde Ludendorff diese Abbildung sagt auch aus dass die drei abrahamitischen Religionen also Christentum Judentum und Islam denselben Gott anbeten Das Buch von Erich und Mathilde Ludendorff ist auch im Internet unter www.archiv.org www.script.com oder anderen Quellen digitalisiert und gratis erhältlich Die Bibel Die Bibel ein Lehrbuch der Völkervernichtung Über diese Überschrift braucht sich kein Christ zu entrüsten Er ist nichts als die kürzere Fassung der kirchlich-römischen Bibelerklärung Denn zu 2. Mose Kapitel 34 Vers 10 sagt das katholische Handbuch zur biblischen Geschichte von Dr. Schuster und Dr. Holzammer Freiburg 1910 1. Band Seite 469 folgendes Jahwe will große und furchtbare Wunder tun furchtbar insbesondere durch Vernichtung der Völker die sich den Berufen Israels widersetzen und an denen Israel Jahwes Gericht zu vollziehen hat und Rom das somit samt allen bibelgläubigen Kirchen Bünden und Gesellschaften in vorliegender Schrift wohl mit Recht als Groß Israel bezeichnet werden darf ist nach wie vor bewusst diesen Beruf Israels als einer Jahwe Stiftung zum Zwecke der Völker Vernichtung in Erbfolge genommen zu haben darauf meine Erwiderung ich bin mir bewusst den Beruf Esaus mit dem Esau Segen als einer Jahwe Stiftung zum Entledigen von Jakob Israels Joch und zum Zwecke der deutschen Volkserhaltung und individuellen Selbstherrschaft in Erbfolge genommen zu haben auch ich habe damit nach Genesis Kapitel 27 Vers 40 Jahwes Gericht zu vollziehen das Buch der Kriege Jahwes hebräisch Sefer Milchamot Jahweh Buch der Kriege Jahwes das ist die Selbstbezeichnung des Pentateuch der Tora die fünf Bücher Mose Teil der Bibel in 4. Mose Kapitel 21 Vers 14 Der bedeutendste jüdische Kommentar zum Pentateuch der des Rashi um das Jahr 1000 nach Christus beginnt mit der bemerkenswerten Erklärung dass die Völker einst Israel wegen seiner endgültig gelungenen Welteroberung als ein Volk von Räubern bezeichnet werden weil sie nicht zu erkennen vermögen dass ein Gott Jahwe es ist der die Länder und Nationen unter die Gerechten verteilt Darauf meine Erwiderung Wie werden mich denn die Anhänger Groß Israels bezeichnen wenn sie nicht erkennen mögen dass ein Gott Jahwe es ist der mir als Gerechten die Freiheit von Jakob Israels Joch verheißt Missale Romanum in Zapato Sanctum Seit jeher wurden in der amtlichen römischen Liturgie Bibelstellen die sich ursprünglich auf Ägypten auf Babylon auf Moab und andere Völker beziehen ohne weiteres als gegen jeden völkischen Freiheit Willen gesprochen angewendet Der Vatikan drückt das so aus und zwar in seiner feierlichsten Liturgie Du hast O Gott Jahwe durch den Spruch deiner Propheten die Geheimnisse der jetzigen Zeiten kundgetan Dabei ist zu beachten dass Rom wie Judah unter Propheten beileibe nicht nur Jesaja Jeremia Daniel Hesekiel und so weiter versteht sondern sämtliche auch die historischen Bücher der Bibel Sonach sind etwa die grauenvollen Mordtaten die von Joshua und David berichtet werden keineswegs nur Wiedergaben einmaliger Vorkommnisse sondern Prophezeiungen künftiger oder gegenwärtiger Völkermorde die ebenso verlaufen werden sozusagen eine Anleitung zur Kriegführung Demnach ist jedes Priestertum politisch darauf meine Erwiderung so ist die Verheißung Jahwes an Esau keineswegs nur eine Wiedergabe eines einmaligen Vorkommnisses sondern Prophezeiung künftiger oder gegenwärtiger Befreiungsanstrengungen von Jakob Israels Herrschaft sozusagen eine Anleitung zum Befreiungskampf ich Matthias Köpke drücke das so aus Du hast O Gott Jahwe durch deinen eigenen Spruch gemäß dem Esau Segen 1. Mose 27 40 die Geheimnisse der jetzigen Zeiten kundgetan Eine durchaus auch politische Forderung Für mehr Informationen zum Esau Segen schaut meine Videos Was ist der Esau Segen Ist der Bibelgott Jahwe der Moloch Und Denkschrift mit brennender Sorge Ein offener Brief von Matthias Köpke Im Internet unter www.youtube.com www.archive.org Oder meinem YouTube Kanal www.youtube.com Schrägstrich User Schrägstrich Genesis 27 40 Plötzing Oder schaut meine elektronischen Bücher Das Buch der Kriege Jahwes und vom Wesen und Wirken des Bibelgottes Jahwe und seiner Kirche Ebenfalls im Internet unter archiv.org oder script.com Erhältlich Auf diesem Bild sehen wir die Beschneidung des Juden Jesus von Nazareth Diese artgemäße Darstellung zeigt das Ritual der Juden das symbolisch im Meistergrade der Freimaurerei vollzogen wird um die Nichtjuden zu künstlichen Juden oder Israeliten zu stempeln Beachte dass Israel ein anderer Name für Jakob ist Im Judentum glaubt man bevor nämlich der Mensch das Zeichen des Bundes die Beschneidung trägt ist er tot Wenn er aber das Siegel der Beschneidung empfangen hat legt er die Sterblichkeit ab und empfängt das Leben Diese Abbildung zeigt eine Johannismeisterloge dritten Grades Wir sehen oben den Davidstern darunter den Spruch Kein Leben ohne Tod Kein Tod ohne Leben Man vergleiche dazu die Aussage die ich im vorherigen Bild über die Beschneidung Jesu von Nazareth getätigt habe zu diesem Bild sei zusammenfassend festgehalten die Rituale in der Freimaurerei bedeuten nichts anderes als die Abstemplung zum Beispiel eines Deutschen durch das Ritual der symbolischen Beschneidung zum künstlichen Juden oder Israeliten Beachte Beachte dass der Name Israel ein anderer für Jakob ist Ein Deutscher wird in den Sarg oder unter das Leichentuch gelegt und als symbolisch beschnittener künstlicher Jude wieder aus ihm hervorgehoben Man sollte sich bewusst sein dass man im Sarge oder unter dem Leichentuch als Deutsche symbolisch gestorben und jetzt wiedergeboren als künstlicher Jude oder Israelit weiterzuleben und zu wirken hat Wie Jakob Israel die Eigenart Esaus annahm indem er sich durch seine Mutter Rebekah zur Täuschung seines blinden Vaters Isaak falls der ihn berührte Ziegenfälle um die Hand legen ließ um rau zu erscheinen wie Esau so nimmt der Israelit auch heute noch von den Völkern die überlistet werden sollen das und jenes an vertarmt sich durch sie in ihnen aber bleibt Israelit man beachte dabei Jakob symbolisiert das Volk Israel also Judentum und Christentum und Esau symbolisiert die sogenannten ungläubigen Völker siehe dazu erste Buch Mose Kapitel 25 Vers 23 oder Israel steht für Gott Jahwe und Esau für den Satan oder Teufel daher betrachtet das Volk Israel seinen Kampf gegen Esau immer als einen Kampf gegen den Satan Licht gegen Finsternis die Beschneidung im Judentum und die Taufe im Christentum zeigen das in deutlicher Weise beide Rituale bedeuten die Befreiung des Menschen aus den Klauen des Teufels wird doch nach israelitischem Glauben das Volk Israel von Gott Jahwe geführt und das Volk Esaus vom Satan demnach sind nach dieser Anschauung alle ungläubigen satanische Geschöpfe bedeutet das Wort Jakob oder der Name Jakob auch nichts anderes als Betrüger oder Hinterlistiger Auf diesem Bild sehen wir Winfried Bonifatius den Apostel der Deutschen wie er auf den Baumstumpf der von ihm gefällten Eiche das Christenkreuz setzt Symbolisch geschieht dasselbe bei jedem Teufling bei der christlichen Taufe das zum Beispiel eingeborene deutsche englische französische oder andere völkische Erbgut wird symbolisch getilgt und man wird Same Abrahams ein Israelit das Christentum ist eine jüdische Sekte der Teufling wird in das Judentum aufgenommen und zwar als Fremdling der Gerechtigkeit natürlich ohne die jüdischen Bürgerrechte anstatt der natürlichen Vorfahren bekommt der Teufling die biblischen Gestalten Abraham Isaac und Jakob als Ahnen siehe dazu meine elektronischen Bücher der jüdische Sinn von Beschneidung und Taufe sowie Jahwe Esau Segen und Jakobs Joch im Prinzip symbolisch geschieht dasselbe hier im Christentum wie in der Freimaurerei oder im Judentum Man muss sich als Christ bewusst sein dass man ebenso wie in der Freimaurerei als Deutscher symbolisch gestorben ist und wiedergeboren als künstlicher Jude oder Israelit weiterzuleben und zu wirken hat Im Christentum heißt es dazu bevor nämlich der Mensch den Namen des Sohnes Jahwes trägt ist er tot wenn er aber das Siegel der Taufe empfangen hat legt er die Sterblichkeit ab und empfängt das Leben Diese drei hier gezeigten Bilder symbolisieren den Verkauf des Erstgeburts Rechtes von Esau an Jakob Israel Man kann das auch in der Bibel im ersten Buch Mose Kapitel 25 Vers 29 und folgende selber nachlesen Sich auf den Esau Segen berufen heißt unter anderem auch sein Erstgeburts Recht welches der eingeborenen Familie und dem eingeborenen Volke gehört in meinem Falle dem deutschen Volke zu behalten und zu ehren und nicht für Scheinwerte an Jakob Israel zu verkaufen und somit zu einem Israeliten zu werden Man sollte in diesem Zusammenhang auch beachten dass das Wort Jakob oder der Name Jakob Betrüger oder Hinterlistiger bedeutet Siehe dazu auch das erste Buch Mose Kapitel 27 was man zu diesem Thema durchlesen sollte wo die Geschichte von Jakob und Esau beschrieben wird Der Israelit das heißt der Jude Christ Freimaurer und so weiter kann teilhaben am Jakob Segen Siehe erste Buch Mose Kapitel 27 Vers 28 und 29 welcher ihm die Weltherrschaft verheißt und kann in diesem Sinne tätig werden und die Weltherrschaft zur Erfüllung bringen das heißt die Herrschaft Jakob Israels über Esau Der Esau Segen siehe erste Buch Mose Kapitel 27 Vers 40 macht dem ein Ende und verheißt Esau und seinen Nachkommen die Freiheit von Jakob Israels Joch Dieses Joch bedeutet die Weltherrschaft ausgeführt durch Priesterherrschaft bezeichnen sich die Israeliten auch als ein Volk von Priestern Übrigens heißt es im Jakob Segen 1. Buch Mose 27 Vers 29 Sei Herr über deine Verwandten worunter auch Ismail der Stammvater der Moslems gerechnet wird Wie können es die Israeliten verstehen dass sich die Moslems gegen sie auflehnen und schaut euch zum Thema Esau Segen auch noch meine anderen Videos an die unter dem Titel Was ist der Esau Segen und Denkschrift mit brennender Sorge ein offener Brief von Matthias Köpke auf YouTube oder www.archiv.org erschienen sind Wenn man den Sinn der Geschichte zwischen Jakob und Esau begriffen hat erkennt man auch die Wichtigkeit des Esau Segens wie er im ersten Buch Mose Kapitel 27 Vers 40 beschrieben ist Hier noch eine sehr schöne Karikatur bezogen auf das vorher gezeigte Bild Der deutsche Gottglaube Hier sehen wir eben auch die gefällte Eiche wie Bonifatius das Kreuz drauf pflanzt und im unteren Teil treibt die Eiche wieder neu aus und verdrängt das Christenkreuz Hier geht es um ein Werk von Dr. Mathilde Ludendorff mit dem Titel aus der Gotterkenntnis meiner Werke ein sehr schönes Büchlein welches Auszüge aus den philosophischen Werken Mathilde Ludendorffs enthält das ist das Band 2 der blauen Reihe diese blaue Reihe umfasst neun Bände die man im Internet auch unter www.archiv.org oder www.script.com digitalisiert herunterladen kann das Band 2 ist beim Verlag hohe warte erschienen und dort auch erhältlich unter www.hohe warte.de Hier noch meine Zusammenstellung der jüdische Sinn von Beschneidung und Taufe ein elektronisches Buch das man im Internet unter archiv.org oder script.com herunterladen kann eine Betrachtung zur Bedeutung von Satan Teufel Beschneidung und Taufe im Judentum Christentum Islam und in der Freimaurerei Der Wahrheitsbeweis Spruchkammerverfahren gegen Frau Dr. Mathilde Ludendorff Dies ist das Buch welches Frau Dr. Mathilde Ludendorff in diesem Video in ihren Abhandlungen erwähnt. In dieser Abhandlung jüdischer Glaube gestaltet Realpolitik. Es wird darin über die Gefahr von jüdischen, christlichen und freimaurerischen Glaubenslehren für die wirtschaftliche Selbstständigkeit, für die Freiheit und für das Leben der nichtjüdischen Völker berichtet. Ungekürzter Auszug aus dem Berufungsantrag des Rechtsanwalts Eberhard Engelhardt Ihr könnt das herunterladen im Internet unter www.script.com www.archiv.org oder anderen Quellen. Eine weitere Zusammenstellung von mir heißt vom Wesen und Wirken des Bibelgottes Jahwe und seiner Kirche. Eine Betrachtung zur jüdisch-christlichen Vorstellung von Jahwe Bibel, Kirche, Synagoge, Christus, Geist, Staat und anderem im Internet unter www.archiv.org oder script.com zum Herunterladen. Hier das Buch von Dr. Willem Mathisen Kleines Bibellexikon wo ich den Abschnitt Dämon Jahwe entnommen habe, welches in diesem Video wiedergegeben ist. Ein ausgezeichnetes Werk rund um die Bibel, leicht verständlich, aber trotzdem wissenschaftlich. Erhältlich digitalisiert unter script.com, Archiv.org oder anderen Internetadressen. Nachfolgend noch das Inhaltsverzeichnis. Sehr empfehlenswert ist das Buch von Erich und Mathilde Ludendorff Die Judenmacht Ihr Wesen und Ende Ausgezeichnete Ausgezeichnete rund um das Thema Judentum, Christentum, Freimaurerei Dieses Buch ist im Jahr 1939 erschienen und im Internet unter Archiv.org oder script.com digitalisiert als PDF-Datei gratis erhältlich. Hier noch eine Denkschrift mit brennender Sorge. Das ist ein offener Brief gerichtet an die sogenannten Lenker und sogenannten Regierenden dieser Erde. Hier noch mein Buch Das Buch der Kriege Jahwes oder Die Bibel als Kriegshandbuch zur Gestaltung des Weltgeschehens. Eine sehr interessante Zusammenstellung welche ihr auch unter www.archiv.org oder www.script.com einsehen oder herunterladen könnt. Eine weitere Zusammenstellung von mir Drei Irrtümer und ihre Folgen Der Okkultismus und seine Gefahren Wenn man sich mit geistigen Mächten auseinandersetzt wie zum Beispiel das Judentum Freimaurerei Christentum Buddhismus und den anderen dann sollte man sich auch mit Okkultismus beschäftigen und deren Gefahren und Wege kennen. Ebenfalls im Internet unter Archiv.org oder Script.com erhältlich einsehbar und als PDF-Datei zum Herunterladen. Beachtet auch die Veröffentlichungen aus dem Hause Ludendorff. Der Feldherr Erich Ludendorff und seine Frau Dr. Mathilde Ludendorff schrieben in den Jahren 1926 bis zum April 1929 Beiträge für die Deutsche Wochenschau Völkische Feldpost. Ab Mai 1929 bis zum Verbot durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933 veröffentlichten beide ihre Beiträge in der Wochenschrift Ludendorffs Volkswarte. Ab 1933 bis 1939 schrieben sie in Am Heiligen Quell Deutscher Kraft Ludendorffs Halbmonatschrift. Digitalisiert als Leseproben jeweils im Internet unter www.archiv.org www.script.com oder anderen Quellen erhältlich. Alle Ausgaben dieser Veröffentlichungen von 1926 bis 1939 sind digitalisiert als PDF-Dateien auf DVD-ROM im Internet unter www.booklooker.de erhältlich Hier seht ihr noch die Zusammenstellung meiner Videos die ich bisher auf YouTube oder www.archiv.org veröffentlicht habe. Die Anzahl der Videos wird ständig erweitert. Abonniert oder besucht deshalb meinen YouTube-Kanal www.youtube.com 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 und schaut dort auch bei Videos und Playlists hinein. Und dieses Video und deren Verfasser beanspruchen für sich den Esau-Sägen gemäß 1. Mose 27 Vers 40 und stehen somit unter dem Schutz des Esau-Sägens als oberste gesetzliche Regelung für alle Jahwe-Gläubigen. Nähere Informationen zum Esau-Sägen sind in meinen Werken Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger Das Buch der Kriege Jahwes Der jüdische Sinn von Beschneidung und Taufe Der Papst oberster Gerichtshär in der Bundesrepublik Deutschland und Denkschrift mit brennender Sorge Offener Brief Jeweils als elektronische Bücher und Freeware unter www.archiv.org oder www.script.com erhältlich Hier noch meine Buchzusammenstellungen auf einen Blick 18 Zusammenstellungen an der Zahl die ihr unter Archiv.org oder Script.com einsehen oder herunterladen könnt unter unter und die ihr die ihr Vielen Dank.